Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video-Tutorial in Word Öffnen und Speichern. Hier im Computerraum ist da einiges anders, was wir beachten müssen. Hier in Word im Hintergrundbereich, wenn wir auf Datei öffnen gehen, sehen wir hier den Dateimanager. Ich mache das mal etwas größer. Man sieht hier unter Computer gibt es drei verschiedene Laufwerke. Einmal Laufwerk C, H und V. Laufwerk C ist die Festplatte am Computer, Laufwerk H und V sind am Server und hier unter Laufwerk V, unter meinem Ordner, sind die Dateien und Ordner, die ich für euch bereitgestellt habe. Wir öffnen mal die Dateigrundlagen. Man sieht dann auch in der Titelleiste, da steht Schreibgeschützt. Wenn ich das jetzt speichern möchte, unter Datei, Speichern unter, komme ich wieder in den Dateimanager und wir haben die Datei von Laufwerk V geholt. Und wenn du sie speichern möchtest, musst du auf das Laufwerk H wechseln. Das Laufwerk H ist noch frei. Wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, verschwindet auch in der Titelleiste der Zusatz Schreibgeschützt. Und hier unter Speichern unter, wenn ich auf Laufwerk H klicke, dann sehe ich auch die Datei Word Grundlagen wieder.